ja auf zu aufzug und zu geil das sagt mir alles aus damit weiß ich jetzt bescheid habe ich überhaupt schon mal jemals überhaupt den weg zu drei gesehen existiert überhaupt so also da hinten ist nichts das ist eine sackgasse das heißt ich muss ja eigentlich quasi hier ich muss ja hier lang dann dann gehst du mir echt auf dem sack weißt du das und da oben liegt ja auch noch umgeblickt so das 21 ok so das weg zum aufzug meinst mit weg zum aufzug das hier oder was meinen die damit naja hier ist ein weg zum aufzug weg zum aufzug weg zum aufzug aber welchen aufzug schon mal falsch gelaufen okay zum aufzug ich gehe jetzt zum aufzug ist mir jetzt egal ich will wissen was dieser aufzug ist aufzug gerade durch ok wo hast du mich hingebracht was mich nicht zum zug gebracht ja hast du ich habe keine ahnung wo spiel wo wo soll ich hin ich verstehe es nicht das ist doch kein aufzug das schreibt doch zug hin nicht aufzug auch man ich habe absolut kein plan wo ich hin soll ich check es nicht ich war überall wo soll ich hin ich sag ja du hast die tür geöffnet nimmt die tür welche tür wo wo ist diese scheiß tür die ich geöffnet haben soll wo ich weiß es nicht nicht hier ich weiß doch nicht wo ich nicht wo ich die scheiß tür geöffnet habe alles spiel bitte hier komme ich nur hier ist nichts hier war es schon ja geil cool alles bleibt oben liegen meine fresse alter ey ich will kein video guide aufmachen ich guck jetzt einfach ich gebe jetzt einfach ein search walkthrough nicht mehr auf der behinderten scheiß wiki danke danke vincent du machst ein walkthrough bitte mit screenshots damit man sich auch zurecht findet die seite existiert nicht mehr nice ach geil oh mein gott die screenshots sind alle scheiße keine ahnung wo das ist da könnt ihr nicht mal einen richtigen guide schreiben die seite existiert nicht mehr 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 Alter, es macht null Sinn, was die hier schreiben. Hallo, ich möchte gerne, ach da, oh mein Gott, Alter. Okay, der Typ ist straight up nicht mal bei uns da, okay, cool. Jetzt mal, spielen wir alle hier dasselbe Spiel oder ist das so? Oder bin ich einfach nur dumm? Okay. 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 Ich check's nicht. Ich lese gerade den dritten Walkthrough. Ich verstehe einfach nicht, wo ich hin soll. Ich check's einfach nicht. Ich check's einfach null. Das Ding ist, ich war sogar schon mal im Floor 3 drin. Ich versteh nicht, was die von mir wollen. Ach ja, stimmt ja, der respawns ist ja nochmal. Das ist auch ein toller Gegnertyp. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich weiß nicht, was ich bin. Das ist so geil. Und da unten kein Kopf. Ich weiß nicht, was die Zeit aussehen. Tuck alles aussehen. Das ist so geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry, ich versuche gerade einfach zu checken, was ich machen soll. Ich check's einfach nicht. Also, so wie ich's verstehe, soll ich wieder nach unten. Was ist das? 3 geht nach oben. Hä? Ja, mein Scrap kann ruhig weg, ist mir egal. Ich soll wieder nach Floor 1 quasi. Und Floor 2 bin ich durch, also wieder runter. Angeblich, ich weiß es nicht. Ich hab echt keine Ahnung, ne? Ach ja, ich muss das Teil rufen, sonst komm ich ja nicht rüber. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ja, das merkt man doch richtig. Vor allem, weil man überhaupt nicht weiß, wo man lang soll. Warum macht man überhaupt so eine behinderte Stage, Alter? Wir helfen gern. Vor allem, die einfach richtig scheiße kommuniziert ist. Woher soll ich denn wissen, ob ich jetzt alles habe oder nicht? Da hinten, da runter wollte ich. Ja, hier ist nicht... Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Junge, ich check's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wo zum Fix soll ich hin? Oder hab ich noch was vergessen? Ich check's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wirklich, ich hab eigentlich alles gemacht. Ja, das hab ich gemacht. So. Ich verstehe es einfach nicht. Ist ja nicht. To continue, return the lower floor and look for the open door on the wall to the right of the entrance. It was behind the tube to a panel from the entrance. For a set of stairs, leading down on the bottom to the loot pyramid with one pile of high-tached scrap. Welche Tür? Sag mal, sind die alle zu dumm mal irgendwie Ich check's null Ich check's einfach nicht Was wollen die alle von mir? Welche Tür? Wo? Hä? Welche fucking Tür meint ihr denn? Welche von den 15.000 Türen, die hier in diesem Scheißort sind, meint ihr? Bitte Ich check's einfach nicht Ich verstehe es nicht Legit Ich hab einfach keinen Plan Welche scheiß Tür die meinen? Das ist Welche scheiß Tür? Welche scheiß Tür meint ihr? Ich check's einfach nicht Übersehe ich da unten irgendwas? Habe ich da was übersehen? Ich verstehe es einfach nicht Ich wirklich Legit Legit Ich hab jetzt wirklich gerade den fünften Guide aufgemacht Um zu gucken, was ich immer sehe oder so Ich verstehe es immer noch nicht Ich check's nicht Das schlimme noch Es sieht auch alles hier scheiße gleich aus Alter Ich kack ab Alter Ich kack einfach ab Weil ich auch wirklich kein Plan habe Was hier das Problem ist Die Tür ist verbeut Ich check jetzt einfach jede Wand Alter Ist mir egal War hier eine verschlossene Tür? Nein Ist hier eine verschlossene Tür? Nein Hier geht's nur Hier geht's nur zu dieser Ebene Da bringt's mir nicht Das ist eine Sackgasse Komm Nerv mich jetzt nicht Bitte Ich hab jetzt echt keinen Nerv dafür Das ist eine Sackgasse Das ist eine Sackgasse Das ist eine Sackgasse Das Ding Mich nehmen nicht mal die Gegner auseinander Ich Ich find halt einfach den Weg nicht So hier ist das mit diesem 30er Charge Ach komm Scheiß auf den Exo-Lift Alter Bis der da ist Bin ich ja schon 30 Alter Genau Hier ist das mit dem 30er Charge Cool So Der unten ist ein Tod Das soll irgendwas nur in der Irgendwas in der Pumpstation Diesen Stickstoff Dings irgendwie machen Und mir fehlt einfach Eine scheiß Tür Und ich hab keine Ahnung wo Ich check einfach nicht Welche Tür mir fehlen soll So Die ist verbeult Geil Beste Tür überhaupt Oder hat das Zeichen noch eine Tür? Nö Hat einfach nur Scrap Cool Ich hab Keine Ahnung Keine verfickte Ahnung wo ich hin soll Ich bin kurz vorm letzten Boss Ich check's nicht Null Und Egal welchen Scheiß Guide ich lese Jo Du hast eine Tür aufgemacht Welche Tür? Wo? Welche Scheiß Tür Hab ich aufgemacht? Mach doch ein Screenshot Von der Umgebung Ist das denn zu schwer? Leute sind dumm Die haben keine Orientierung Ich könnte ausrasten Ich könnte gerade Einfach nur aggressiv werden Dadurch Ich bin schon aggressiv Dadurch Ey Ich mach jetzt Scheiß drauf Ich mach jetzt einfach Einen Scheiß Videoguide an Weil alle Menschen Einfach behindert sind Einen ordentlichen Guide Bezuschreiben Es freut mich richtig hart Alter Es ist das Beste Was man sich gerade nur Vorstellen kann Nur damit ich Scheiß finde Wo ich lang muss Meine Fresse Alter Komm lad schneller Du Scheiß 11 Stunden Video Meine Güte Ey Komm Lade nicht so dumm rum Mach weiter Meine Fresse Alter Ja ich will nicht sehen Wie da deine Scheißcraft ist Komm schon Ach der braucht 5 Jahre Schneid es doch zusammen Richtig Meine Güte ey So da waren wir Was ist das für eine Tür? Sagt mir gerade gar nichts Ach das war die Shortcut Tür Okay Bla bla Da waren wir Und da waren wir Und das haben wir Es ist schön Dass er sich einfach so umschaut Er hat auch keine Ahnung Das haben wir Ja jetzt hört er nicht Den Audio Lock dir noch an Ach komm schon Da waren wir auch Da waren wir auch 50.000 Minuten Gegen diesen Scheiß Nanitentypen zu gewinnen Ja komm jetzt Er macht jetzt einen Shortcut auf Ja Ja Bla Da waren wir auch schon Halt Ja da waren wir auch schon Jetzt geht er noch hoch Zu das Train Station Da waren wir auch schon Mein Wage Zu diesem Spiel Ist einfach gerade gewachsen Wir helfen gern Wehe das ist jetzt wirklich Der Weg wo ich lang muss Also Das ist ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.